Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Get down. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und ja, gut. Oh, ich habe das überlebt. Lacka. Ja, habe ich Ewigkeiten nicht gespielt und ich hoffe, dass ich nicht allzu schlecht ist darin bin. Hier sind auf jeden Fall viele Coins, die ich hoffe, dass ich auch alle irgendwie bekommen werde. Bisschen fragt mich mit so wenig Herzen gerade. Aber YOLO, ein Herz noch. Da sind viele, ich möchte die haben. Da ist ein Diablock. Den kriege ich aber nicht mehr. Schade. Egal, dann hole ich mir die zwei hier unten. Ergeben dann auch wahrscheinlich so viel, wie ich auch daraus bekommen würde. Also ich hatte gerade eben schon mal eine Runde, aber da hatte ich irgendwie nur 600 Coins bekommen. Also da war einer, der ist die ganze Zeit mega schnell runtergegangen und so. Und ich hoffe einfach jetzt, ich kann runtergehen, ne? Ja, das überlege ich. Nice. Wie viele Coins? Jetzt habe ich schon so viele Coins, wie ich eben in drei Runden hatte. Okay, jetzt nochmal auf der Map Edgar. Das war früher weiß ich auf jeden Fall noch nicht so meine Lieblingsmap. Ich habe auf jeden Fall von dem Diablock gesehen. Ich hatte eben zum Beispiel gar keinen einzigen mal davon gesehen. Aber hier sind irgendwie so keine Coins. Kann das sein? Oder sehe ich die alle nicht? Da hinten ist einer. Aber noch so weit unten. Da sind welche. Jetzt bin ich aber glaube ich schon zu tief. Zu tief in der Niederlage. Scheiße. Den könnte man locker kriegen. Nur kann ich das sicherlich nicht. So, Übelkeit. Will das ein D machen? Blindheit. Egal, das sehe ich eh nicht. Aber ich kann jetzt nicht mehr gut springen. So, Blindheit habe ich jetzt noch. Zwei Sekunden. Okay, dann warte ich. Oh Gott, ich konnte da nicht springen. Ich habe es trotzdem geschafft. Oh mein Gott. Da unten ist ein Coin. Den will ich haben. Und da ist auch ein Diablock. Ja. Runter hier. Na komm, wir gehen direkt hier rauf. 94 Coins. Okay, das ist sehr gut. Man schon muss doch einfach gar nicht springen. Blindheit. Regeneration. Perfekt. Regeneration ist echt. Und da ist schon jemand unten. Nice. Äh, 700 Coins. Und die letzte Map ist Star Wars. Es ist sehr dunkel. Ich hoffe, ich kann trotzdem jetzt mit Shader relativ gut gucken. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, dass da ein Coinblock ist, den ich gerne hätte. Dankeschön. 40 nur, leider. Ist sehr wenig. Aber egal. Ähm, ich glaube, ich springe lieber ein bisschen mehr hier innen. So. Nehmen wir den hier. Regeneration. Gut. Dann kann ich ja mal ein bisschen runterspringen. Überlebe ich das? Ja, zuerst. Regeneration hat 13 Sekunden. Okay, ich sollte bis dahin auch schon fast wieder voll sein. Außer ich hole mir natürlich jetzt die ganze Zeit noch Schaden. Das macht nichts. Gut. Oh Gott. Ich dachte schon, ich fall da jetzt runter und... ... bin tot. Aber nein. So easy töte ich mich nicht. Das ist auf jeden Fall eine interessante Map. Äh, gut. Den Sprung überlebe ich jetzt nicht. Da muss ich kurz ein bisschen warten, oder? Ist irgendwie eine Alternative? Ne. Ich glaube, dafür brauche ich mindestens sechs Herzen. Deswegen warte ich einfach mal, wenn ich sechs Herzen habe. Oder ne? Okay. Ich brauche doch kein sechs Herzen. Jump Boost. Jump Boost ist ganz gut, weil ich kriege jetzt weniger Fallschaden. Oh Gott. Und da unten ist nur ein Diablock. Den möchte ich gerne haben. Den kriege ich jetzt auch. 114. Heiliger ist das viel. Aus einem Coinblock. Müsst ihr euch schon mal denken. Man kriegt vielleicht so, wie ich es eben immer habe, zwischen 40 und 50. Okay, jetzt muss ich ein bisschen ranken. Ich will jetzt nicht fällen und dann hier runter springen und dann tot sein. Nice. Und 1200. Und ich habe die meisten Coins. Nice. Die Rüstung ist echt gut. Überall Schuss 2. Ein richtig gutes Schwert. Leider keine Verbrennung oder so. Das ist ja noch ganz geil. Irgendjemand wird das nämlich haben. Okay, wir sind ganz gut equippt. So, Speedtrance rein. Das so machen, das so machen. Ich habe übrigens ein Labby-Mod drin, falls ihr es jetzt sehen könnt. Ich habe den aber auch nur geholt wegen den Items, dass man die so auf den Boden schmeißen kann, weil ich das sehr cool finde. Okay, der hat auf jeden Fall erstmal richtig gut kassiert von mir. Okay, der ist schon tot. Ja gut, was hat der für eine Rüstung? Schutz 1. Gar nichts. Schutz 1. Okay. Was hat der für ein Schwer? Schärfe 1. Okay. Der war nicht gut equippt. Also, der war natürlich schon gut equippt, weil es der Full Dia war, aber gegen Schutz 2 und Schärfe 4 ist das nicht gut equippt. Kommt der Neon-Hillerns? Oh Gott, hier sind richtig viele. Ich glaube, hier wird man gut abgestoppt. Okay, ich esse mein Gold dazu. Und ich gehe hier weg. Und der hat Verbrennung. Und Regeneration, aber ich will den mir trotzdem jetzt hier. Komm. Der hat zwar Verbrennung, was mega ekelhaft ist, aber ich will den haben. Ich will die Verbrennung haben. Vor allen Dingen, sowas möchte ich auch nicht als Endgegner haben. Der braucht leider auch Speed. Das ist auch echt blöd jetzt. Ja, der ist da kurz hängen geblieben. Das ist eigentlich ganz nice. Rückstoß wäre jetzt geil. Dann könnte ich den jetzt irgendwo in die Ecke drücken. Oh, er ist down. Heilige, okay. Ja, Schärfe 2. Dann machen wir es so. Schutz 1. Einen Bogen hat der auch noch. Fehlt der Fall 3. Dafür schutz sicher 4. Nee, dann lasse ich meine Schuhe lieber an. Es leben noch zwei andere. Und da oben ist einer. Die gehe ich mir holen. Hier ist einfach mal vorher ein Goldapfel. Ich meine, ich habe ja genug. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Goldapfel hier gekauft. Ist er jetzt hier runtergesprungen? Ja, da ist er. Alle beide jetzt im Arsch. Okay, ich zünd die an. Und dann mal gucken. Ist auf jeden Fall jetzt nicht allzu schwer, hoffentlich. Wenn jetzt keiner irgendwie ein krasses Schwert hat oder so. Ach komm, lauf da jetzt nicht die ganze Zeit hier weg. Hallo. Bleib mal bitte stehen. Ich will dich eben töten. Oh Gott, ey. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich gerade auch noch hinterher laufe. Und der läuft einfach dem hinterher. Und ich laufe den anderen hinterher. Eine endlose Schlange hier gerade. Okay, der ist jetzt da drin. Dann gehe ich hier über den Baum. Okay, er hat den getötet. Er hat neun Herzen. Wreckt jetzt eh wieder. Und hat dann volles Leben, 100%. Komm, jetzt spring bitte nicht wieder hier rüber oder so, ja? Oh Gott, der hat auf jeden Fall rückstoß. Nein, ich möchte nicht hier runtergekickt werden. Du gehst mal. Ach, das sind... Ach Gott, ey. Hätte ich das mal gewusst, ey. Ich hab schon gewonnen. Lol. Ja gut. Ja gut. GG. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt schon down ist. Dann macht das wohl doch ziemlich viel Schaden. Ja cool. Wir hatten ein paar Blöcke, die neu sind. Glaub ich. Glauben kann sein. Ich hab auf jeden Fall ein paar Dierblöcke bekommen, was richtig gut war. Ich würde sagen... Oh Gott, dann sieht man ja immer die Dinger, wenn man sneakt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.